Sie sind hier, 6. November 2018, 23.40 Uhr, von Jonas Noel, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Lukas Piszczek hatte bei der Niederlage von Borussia Dortmund bei Atletico Madrid einige Probleme Urheberrecht, Getty Images Madrid bei Borussia Dortmund enttäuschen gegen Atletico Madrid vor allem zwei Akteure nahezu komplett. Kieper Roman Wirki verhindert Schlimmeres. Einzelkritik, von Jonas Noel folgen Etiono 26 Jonas Noel, Jahrgang 1989 aufgewachsen in Kehl am Rhein an der deutsch-französischen Grenze. Ab 2009 Studium der Kommunikations. Mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017